Ja gut, es ist vielleicht keine so gute Idee, dass wir jetzt hier direkt starten, aber ich meine, das ist ja quasi das Spiel und jetzt haben wir es ja schon wieder da. Und die Verbindung wurde unterbrochen gerufen. Was kannst du da nicht unternehmen? Jetzt ist sie doch wieder da. Einfach wählt zwei, drei Leinen los für den Kettenhund. Oh ja, Kettenhunde. So gut. Die mögen sich ja auch Wassermelonen. Naja, wir werden trotzdem keine kaufen. Die werden keine Wassermelonen kaufen. Du kannst mich nicht aufhalten. Natürlich. Oh, da fehlt jemandem Wolle. Das ist Pech für ihn. Dann muss er das Level wohl nochmal spielen. Vergiss nicht, die Bäume kann man essen manchmal. Oh Gott, die sehen gruselig aus. Oh, das geht nicht. Das geht viel leicht. Aber ich habe ja erst mal die machen kann. Fesseln. Was zur Hölle. Was? Fesseln? Fesseln, ja. Wie kommst du auf Fesseln? Ja, schauen dir an. Was hat Hase ihn gefesselt mit deiner Wolle? Oh, man kann ihn wieder freilassen. Okay. Und man kann ihn neu einfernen. Wow. Wow. Das ist schon toll. Dress your own Kettenhund. Ja, der Weifu Tresshub Simulator. Ein Kettenhund ist deine Weifu. Ja, klar. Ich würde deine Lebenswahl nochmal über... Aber wir wissen, wir wissen, wir wissen, wir wissen, wir mal antressen. Oh, der muss hoch springen. Der sieht vollkommen gruselig aus. Schauen dir an. Wie so ein knochiger Kettenhund. Der ist nicht mehr. Jetzt sieht er wieder aus wie eine Weifu. Wie eine Weifu? Das ist eine Weifu. So soll deine Weifu aussehen. Das ist eine gute Weifu. Nein. Natürlich. Warte mal, der Hochkammer. Der kann da hoch. Ich weiß es. Warum musst du mich da reinschieben? Komm her. Was? Da. Wir müssen da hoch. Hilf mir. Hilf mir, einwandern da hochzukommen. Ja, das funktioniert so nicht. Doch. Das wird so nie funktionieren. Doch, ich glaube daran. Dann mache ich das mal aus. Bist du? Oh, jetzt hast du aber keiner. Gut, ich komme schon. Moment. Ich habe dich. Ich schaffe das. Sonnenblumen hätte gefehlt. Ja, das kann man nicht akzeptieren. Wir brauchen die Ketten. Wir brauchen die Ketten. Aber wir können einen pinken Kettenhund haben. Bist du macht das? Oder ist er? Na, der stirbt nicht. Ich habe nicht. Mal kommen wir mit hochkurtzt. Wir müssen die Kette nicht hoch. Und ich werde auch schon über das machen. Wir machen es einfach. Erst mal ausziehen. Und dann hochkommen lassen. Ah ja, mache ich doch. Genau. Und dann da nach oben. Ah. Du hast kaum Leben mehr, Ruben. Ja, das ist schon okay. Ah. Du, bin ich da runtergefallen. Weiß ich nicht. So, jetzt haben wir hier einen Kettenhund. Das sieht ja nützlich aus. Ja, so glücklich auch wieder nicht. Doch. Wieso wurde ich da jetzt reingeworfen? Oh, du bist totruhen. Ja, du hast so viel Kram da liegen lassen. Das geht doch nicht. Komm, nein. Bitte. Ja, doch. So viel Kram. Ja. Das waren drei pimplige Kristalle. Ja, das reicht doch. Selbst Wassermelonen kosten 5000 von einer da vorne. Dann nimm du die her. Es reicht von 120. Dann nimm du sie. Dann werde ich aber nicht. Oh Gott. Jetzt ist das sowieso nicht mehr wahr. Dann mache ich ihn tot. Was ist hier links? Ja, hier links ist eben die linke Seite dann macht. Tief. Nimm mal drauf. Ja, gute Arbeit. Solltest du nicht mal einen Pinken haben? Ich finde es toll, wie man Kettenhunde verschnüren kann. Ich mag das nicht. Ich will keinen Pinken. Der Weifu Dress-Up-Simulator. Ich finde es immer noch traurig, dass sowas deine Weifu sein soll. Hier, wie kommt man da? Da ist wohl wieder so ein unsichtbarer Weg, oder? Ja, dann scheint er nicht. Da kann man da hoch, aber da kann man nur. Jetzt zieh. Ich geh. Hier, schon. Danke. Mal schauen, ob wir das dritte Wollknall finden. Der eine aus dem Miwas fand das ja nicht. Ich finde, das war das gerade eben. Nein, das und das und das war das zweite. Oh, okay. Der Wollknall. Der Hände muss da unten, aber du kannst auch einfach du dich da hinstellen. Nein. Ja, doch. Ich will dir aber nicht mit Hilfe. Ich will da hoch. Ich will das testen. Hilf mir doch. Das ist nicht wegschlagen oder so. Ich will das testen. Da ist nichts. So, da kann man nur die Kamera, ich gehe das sogar extra mit da hoch. Aber da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Nein, Ruben. Doch. Nein, ich möchte nicht da durch. Doch, möchtest du. Nein. Hier ist nichts. Da ist wohl was. Nein, da ist nichts. Da geht's runter. Wenn du mich wärst, bringt das auch nichts. Dankeschön. Die Kamera geht's sogar mit hoch, da muss was sein. Da ist nichts. Ich wette, da ist die dritte Rolle. Da ist absolut gar nicht. Wette, da oben ist die dritte Rolle. Also, ich wette, ich wette gar nicht. Mit Euro. So viel Geld habe ich nicht. Ich bin ja ein YouTube Partner. Das ist wirklich. Ach, das wäre ich ein und ein Euro. Doch, aber ich habe zu viel ausgegeben in letzter Zeit. Oh. Dann gehen wir drauf. Klasse. Was ist da oben? Ich bin so leicht. Das geht's doch nicht. Ich bin nicht so leicht. Du brauchst nicht hätten. Da wurde bei dir jetzt gar nicht mehr über die Herzen wieder. Die Herzen laufen weg. Das ist auch das die Herzen weg sind. So wie so der Prozent der Spiele, die kann man nicht mehr an zu 200 Prozent. Doch, kann man. Nein. Hast du Mario 3D World gesehen? Das ist eine Aus... Nichts Ausnahme. Och. Was ist los? Ich wollte dich ja nicht nehmen. Wer ist meiner Rechte? Da ist sicher was. Guck mal, siehst du? Das habe ich gar nicht bezweifelt. Ich weiß, aber ich will es trotzdem gerade mal sagen. Weil das ist so ein typisches Versteck von Nintendo. Aber irgendwas, wo keiner hingehen will. Normalerweise, wenn er nicht... Na, was du? Da ist er noch mehr. Ein Pfeil war dann gut. Ach so, bitte. Also die Stecknadel ist da einfach. Genau. Aber der muss ja erst mal hoch. Verdammt kriegen wir das irgendwie nochmal hin. Geht er weg. Das wollen. Ach, stimmt der kann ja auch so. Gott. Kommt der da überhaupt hoch? Wir rollen den Halt mit mir erst mal hier lang. Stopp. Warum nicht? Ich wette, das ist falsch. Welche Mann hier hoch? Ja, siehst du. Von wegen falsch. Das ist, er darf nicht die Erfolge namens herkommen. Erfolgt doch mir, ist doch gut. Geht's, würde ich aber den ganz hoch bringen lassen. Jetzt mal, der verfolgt einem auch nach rechts, wenn er nicht mal anhaut. Ja. Lass uns einfach treffen, ne? Ja doch, ich musste mich treffen lassen. Ich musste mich aufopfern, damit der Ketten nun kommt. Jetzt, hohe Wolle, bitte. Danke. Alles da. Das rollt die Gegnerplatz. Der lebt noch. Der auch. Das ist aber nicht gut. Die leben. Die sollen nicht leben. Ich weiß. Aber hier müssen wir rein. Ja, hoffen wir mal, dass das ein Secret ist. Ah ja, es ist wunderbar. Was machen wir hier jetzt? Ich verstehe das nicht. Das ist mir zu komplex. Der hat erkehrt und muss da eben obendrauf. Geht er weg. Der muss erstmal da hoch erkennen. Und sobald er da oben ist, es kommt noch mal hoch. Ja, der kommt nicht weiter zu dir. Au. Wir sind da hinschieben. Halt ihn auf. Nein, ein bisschen dahin. Optimal. Wunderbar. 10 von 10. Gute Arbeit. Naja, ich krieg den ganzen neuen von 10. Nein, das war perfekte Teamarbeit. Das auch. Ich drückst du immer hoch. Das, was du. Nein, ich bin der Blaue. Echt? Ja. Du bist der, 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 wie heißt der Typ nochmal? Der, der, Silibo Yoshi. Genau, du bist der Silibo Yoshi. Wir haben genug Eier. Schieben. Ja, Mord. Schnell, du schiebst, heilige Preise. Weil der geht wieder runter. Nein, da muss der muss direkt drauf. Hier ist nichts. Nee, da ist ja unten nur eine Tür. Hätte er sein können, dass da was ist. Ich weiß, es hätte sein können. Das ist heute nicht der Fall. Und hier ist es gemein, wie es ist so leicht sind. Wir sind Herzen. Dann hol die, lieber erst später. Jetzt kannst du es wieder verlieren. Ja, wir hatten sie nötig. Ja, naja. Oh Gott. Das war versehen. Ja, ist schon okay. Wir wissen, wenn ich hätte, dass man hier abrücken, wie scheiß Vieh. Ich bin doch geflattert. Wieso hat er mich gekriegt? Wir sind, wir finden doch ab. Das ist doch nicht so schwer. Guck mal. Das ist super. Roll, los. Mach mal, ey. Aber ich habe eine Idee, dass ihr machen müsst. Oh. Stopp, stopp, ich habe eine Idee, mach mal das runter. Eins von beiden runter. Vielleicht nicht gerade das da. Stich und wieder drin. Geht nach draußen. Mach es runter jetzt. Nur mal runter. Nur mal runter. Lass das. Willst du unbedingt dieses Ding da. Siehst du das, weil ich meine? Na klar. Siehst du wolle? Na ja. Hat er schon seine Wichtigkeit. Wo warst du was hin? Warte mal, das hat man hier auch noch mal probieren. Na ja. Dann musst du sicher da oben hin. Ja, an Sie, ich muss aber auch da runter eigentlich. Ja, dann mach mal. Das geht aber gerade nicht so, der will nicht so wirklich. Na ja, dann mach mal. Ich probiere es gerade. Nein, er rollt sich in die Richtung, wo ich draufstehe. Ach so. Ja, das ist auch richtig. Das geht auch. Wie ich jetzt mach mal, ey. So. Jetzt wollen wir einfach. Ihr könnt den David da enden halt. Ja gut, machen wir das halt. Komm mit, Schatzi. Ich hab keine Eier mehr. Wo Leute sterben, wo Leute sterben wie sowas, wie was sie auch, bis sie auch jetzt schon. Ich glaube, wenn ich es den berühre geht, dass wir dabei irgendwie sind. Wieso fliegt der Typ weg und stirb dann? Warum bist du gestorben? Deswegen frag ich mich, da hab ich ja gerade gefragt, warum fliegt der Typ nach rechts und dann stirb du? Nee, ich sterbe dann. Genau, das ist es. dann haben wir hier so schlager den typen jetzt dann fliegt er so und trifft ein warum das ist sehr fair das funktioniert nicht sterben ach die starren sind in center das ist irgendwie falsch dann erst mal knapp in der stuhl weil man lassen kurz mal wieder sterben ich meine eigentlich der andere typen mache ich denn das ich wollte ich nicht immer mehr um das war nicht mein ziel darum ich hätte dafür die ewigkeit fliegen können ich wollte nur das ding aus dem weg schaffen er kommt und ich kann ja nichts machen ja ich kann dich an das okay jetzt müssen wir wieder entbinden irgendwie kann irgendwie kann ich nicht mehr da kommt links gleich mal ich mache ja schon ja gut komm mit schatzi ist doch kein schatz doch für mich ist ein schatz sieht jetzt ist auf einmal eine weifung ja ich möchte dass er auch auf mich hört wir brauchen den auch noch ja wir haben wir sind noch gestorben ach so mein gott hey man ist das nicht schwierig hier aber es dauert ein bisschen das ist ein bisschen zeitaufwendig dann und wo die herzen ja ja ich glaube nein noch nicht jetzt kannst du juhu schön aufteilen das ist schon richtig sein ja der muss ja erst mal oder hoch würde den kram und dann würde den kram ja jetzt aber warum ist der kram dir so wichtig ja 100 prozent die wir dir an das ist schon wichtig schieben jetzt mach doch den weg frei ich mach das ja schon alles was das denn gerade er lässt sich nicht schief warum hat der war doch eben eben schon eben jetzt das nicht hoch machen müssen da schaut man nicht lieben stoppt mein sehr schön ich möchte das an einen stoppen wenigstens noch mal dadurch bürger zerstören die blöcke dann halt nicht erst einmal auf diese blöden blöcke aber das ist schön das ist mir wichtig mir nicht ich sehe schon das ist ein sehr unordentlicher menschen die auf 100 prozent geht hier ich gehe bei keinem spiel auf 100 prozent rum nicht weil ich dachte weil ich dann nicht wirklich spaß dran habe aber das ist das spaßigste auf der gesamten welt natürlich nicht so ganz so händler ist geschafft und jetzt so dass das das ding da stimmt schaut noch nicht rein ja aber man muss ja schon aufpassen wenn da rechts was gewesen wäre und da haben wir es pech gehabt ja das ist das kann man nicht einfach pauschal sagen doch kann man es riecht nach nach geheimnissen jetzt sind es bis hin aus okay 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 lasst die leute rollen aber was da passiert so dass denn oben wiederholen bei noch einer man kann aber nicht hochlaufen muss springen wir können doch auch einfach ein von denen nehmen oder nein nein ich wieso nicht das ist nicht cool auch bitte das ist nicht cool genug ich weiß du mal auf cool ist alter doch weil wir sind wohl sein sie mit dem schieben ist ja so cool und gleich ist er zu schnell aber dass das hat sich mal gelohnt hier verhältlich und immerhin ein diamant genügt ja damit kann man ja schon fast eine blume kaufen mal schauen haben wir für dieses level jetzt echt so lang gebraucht ja wir schaffen nicht will wir schaffen nicht noch länger die kettenhund ist halt ein bisschen schwierig gewesen ja da war der war länger mir fehlt einmal blume ach so ich habe blume gelesen blume einmal wolle ach so ein zeichen wasser melone die folge ein und die nächsten mal ganz genau das gibt es ist das denn für ein joshi citrus joshi das ist ein komischer joshi okay ach und das sieht toll aus ein halbes schloss ein halbes schloss also das mit welches man ja wir sehen wir sehen wir sehen uns so ähnlich das ist schlecht ich habe ich habe einen grünen tupfer auf der nase du bist eben an ananas wie der zitrus joshi du bist ein ananas weil die auch so ein gutes ding haben ich bin orange ja vielleicht ja er ist andere ein lollipop joshi den lollipop joshi ach Gott ja kannst du den zitrus joshi nehmen halt wegen juhu zitrus joshi rennen wir mal ein bisschen dann gibt es den nächsten part nebenbei das wird meine frage ganz kurz schnott bärt warum zur hölle ist hier eigentlich kein warum ist hier nichts man da sind da kommt spielen level warum ist hier nichts the world is nice but why are in their monkeys anscheinend geht sie über nach unten oder wie der boden geht weg da ist nicht vielleicht deshalb nichts ja vielleicht sieht man dann ja egal ist nichts man bis zum nächsten mal